Warum verstehst du dich mit deinem Bruder nicht so gut? Warum verstehst du dich mit deinem Bruder nicht so gut? Warum verstehst du dich mit deinem Bruder nicht so gut? Warum verstehst du dich mit deinem Bruder nicht so gut? Warum verstehst du dich mit deinem Bruder nicht so gut? Nein, wir haben keine gemeinsamen Interessen. Er meint, ich wäre langweilig. Nein, wir haben keine gemeinsamen Interessen. Er meint, ich wäre langweilig. Vielleicht könnt ihr zusammen ausgehen und sehen, ob ihr euch besser versteht. Vielleicht könnt ihr zusammen ausgehen und sehen, ob ihr euch besser versteht. Vielleicht könnt ihr zusammen ausgehen und sehen, ob ihr euch besser versteht. Nein, er will nirgendwo mit mir hingehen. Er ist einfach ungesellig. Nein, er will nirgendwo mit mir hingehen. Er ist einfach ungesellig. Nein, er will nirgendwo mit mir hingehen. Er ist einfach ungesellig. Ich dachte, er wäre einfach scheu. Ich dachte, er wäre einfach scheu. Ich dachte, er wäre einfach scheu. Das war er auch früher. Aber er hat sich geändert, seit er mit Jim befreundet ist. Das war er auch früher. Aber er hat sich geändert, seit er mit Jim befreundet ist. Das war er auch früher. Aber er hat sich geändert, seit er mit Jim befreundet ist.